Jeder möchte gleich in der Früh das knackigste Obst und das krosseste Baguette genießen. Mit leckerem Käse, guter Butter und vielleicht noch einem Sträußchen frischer Schnittblumen auf dem Frühstückstisch. All das muss 24-7 für dich im Regal liegen, aber bitte ohne, dass dich dessen nächtliche Anlieferung in deinem Schlaf stören würde. Und das haben die Holländer sehr klug geregelt und zwar mit ihrem PIK-Zertifikat. Es braucht also des Nachts eine sehr leise Auslieferung, insbesondere im Zeitfenster von 23 Uhr abends bis 7 Uhr in der Früh. Mit geräuschgedämpften Dieselmotoren sowohl im Truck als auch in der Kältemaschine. Also Low Noise Trucks und Whispering Cooling Units. Mit maximal 60 dBA Schalldruck am Ohr, da kann die Spülmaschine aus dem Angebot schon mal lauter sein. Und natürlich hängt der Schalldruck von der Entfernung zur Emissionsquelle ab, aber das hat das PIK-Messprozedere genau geregelt. Und natürlich muss auch der KRONE Cooliner seinen Beitrag leisten. Also anstelle des Standard-Aluminium-Riffelblechbodens ein längsgerillter Aluminiumboden, auf dessen Oberfläche die Rollen der Trolleys und der Hubwagen nahezu geräuschlos dahingleiten. Und natürlich einer schallschluckenden Beschichtung auf der Ladebordwand, auf den Sockelscheuerleisten und Gummi-Rampuffern an der Stirnwand. Das Öffnen der Türen und optionaler Lüftungsklappen ist schon im Serienzustand ausreichend leise. Aber jetzt kommt der Faktor Mensch hinzu. Die fahrende Fahrer sind frisch verliebt und im Radio läuft ihr Lied. Und das wird natürlich gerne schon mal voll aufgedreht. Oder andersrum. Die Schmetterlinge im Bauch haben stark zugenommen und wollen nicht mehr so fliegen. Da gibt es zu Hause mal Beef und die Fahrertür wird zugeknallt. Diese menschgemachten Lärmpegel kann aber selbst Technik aus dem Hause KRONE nicht verhindern.